Der Geburtstag einer reichen und der Geburtstag einer armen Person? Diese Partys sind aus verschiedenen Welten. Die beste Party des Jahres kann beginnen. Hier ist unser Geburtstagskind. Ah, Luftballons! Ups, da hat es Kaya wohl ein bisschen übertrieben mit der Diät. Komm runter auf den Boden, die Tanzfläche wartet. Hm, ich würde gern, aber wie? Das ist für dich. Ein Luftballon? Ja, das ist peinlich, ich weiß. Bitte sehr, der süße Welpe gehört dir. Braver, Junge! Ein Abendessen ist immer so romantisch. Live-Musik, leckeres Essen. Weißt du, ich wollte dir schon lange sagen... Was? Ich sagte, ich wollte... Sind diese Musiker der Ernst? Hey! Nimm das und hör auf zu singen! Oh, das ist wohl ein Scherz. Ellen, ich bin so froh, dass du mich in ein Café eingeladen hast. Hey Kellner, können Sie nicht auch Musiker einladen? Natürlich kann ich das, aber nur gegen eine Gebühr. Schade, wir haben kein Geld. Tja, aber es gibt was anderes, was Sie versuchen können. Hier ist ein Tonband. Wisst ihr, was man macht? Oh, das ist alt? Okay, mal sehen, was das Ding kann. Eins, zwei... Was für ein seltsames Paar. Aber sie haben Spaß. Ich liebe Geburtstage. Ich bekomme so viele Geschenke. Lass uns sehen, was drin ist. Oh, was haben wir denn hier? Wow, die Pakete und Bänder fliegen überall rum. Wow, ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Aber es scheint, als ob sie müde ist. Was? Noch mehr Geschenke? Oh nein, das nimmt kein Ende. Julia macht auch gerne Geschenke auf. So, so, so. Ein Mixer? Wozu brauche ich den? Ich denke, den werde ich verkaufen. Wow, ein tolles Gerät. Und so günstig. Ich nehme es. Hm, das Geschäft boomt. Kann ich noch mehr Produkte aufnehmen? Ich nehme es. Ups. Eine Kostümparty ist eine tolle Idee. Aber nicht jeder mag eine laute Party. Sie werden gleich Ärger bekommen. Hä? Wer ist das? Oh, Polizei! Was für ein cooles Kostüm! Willkommen auf der Tanzfläche! Oh, tolle Musik! Das macht Spaß! Was? Warte, deswegen bin ich nicht hier. Hey, hört auf, Lärm zu machen. Die Nachbarn beschweren sich jetzt. Rennt um euer Leben! Auf meiner Party langweilt sich niemand. Lass uns Ono spielen! Habt ihr genug davon? Lass uns Karaoke singen! Oh, du kannst toll singen! Und jetzt ein Tanzwettbewerb! Oh Mann, wird sie mal locker lassen? Wisst ihr, wie spät es ist? Twister Time! Vorher hat sie so viel Energie! Die Gäste haben wirklich keine Kraft mehr. Sieht so aus, als würde es einen Wettbewerb geben. Wer kommt schneller von der Party weg? Helft uns! Die Party ist für dich! Und hier ist der Höhepunkt des Abends! Magst du Kuchen? Wow, ein tolles Geschenk! Da kommt eine Tänzerin aus seiner Torte! Wow! Freunde, ihr seid die Besten! Wie wär's mit nem Snack? Coole Idee! Ups, falsche Wahl! Ich nehm' einen Muffin, der ist leckerer! Und das hier kann in den Müll! Lass uns weiterfeiern! Es ist immer eine gute Idee, sein Make-up professionell machen zu lassen! Ich muss auf der Party glänzen! Ich will helles, funkelndes Make-up! Es muss rot sein! Was immer du willst, solange du bezahlst! Wow, ein tolles Ergebnis! Genau, was ich wollte! Und jetzt suchen wir ein Kleid aus! Das hier? Oder dieses hier? Obwohl, in diesem wirst du extra schön sein! Es ist umwerfend! Ich nehm's! Der letzte Schliff ist die Frisur und ein funkelndes Accessoire! Na, jetzt kann ich glänzen! Ich hab' heute eine Party, also sollte ich besonders aussehen! Obwohl, das passt schon! Vielleicht sollte ich mir die Lippen machen? Wo war der Lippenstift-Tester? Ich find's toll! Aber irgendwas fehlt noch! Wie machen sich die Profis die Haare? Wachs! Wie konnte ich nicht dran denken! Normales Kerzenwachs tut's auch! Schön! Die Krone kann doch auch aus Pappe gemacht sein! Ist doch egal! Jeder weiß, wer die Königin ist! Oh, warum hast du denn ne Pappkrone? Bist du etwa die Königin der Handwerker? Hey, gib sie zurück! Es ist toll, wenn viele Gäste zur Party kommen! Diese Party ist so lustig! Lächeln! Oh, und die Kellner sind toll! Noch einen bitte! Das ist überraschend! Ihr wisst gar nicht, dass ich das Geburtstagskind bin! Okay, warte! Bist du sicher, dass das nicht der Gastgeber ist? Nein! Das wird Julia nicht passieren! Es gibt nur einen Gast auf ihrer Party! Hey, nicht gucken! Ups, ich bin tollpatschig! Sorry, ich hab alles ruiniert! Oh, reg dich nicht auf! Du hast nichts ruiniert! Mh, lecker! Wirklich gut! Das Schlimmste an Partys ist, dass sie früher oder später enden müssen! Aber niemand will schlafen! Neil will seine Afterparty! Aber es gibt ein Werk von schmutzigem Geschirr! Oh! Das ist nicht einfach, aber die Party war toll! Andrew hat diese Probleme nicht! Er ist immer noch am Feiern! Wir haben alles gewaschen! Bitte bezahlen Sie uns! Moment! Ja! Hm, ich wünschte, ich hätte Bargeld! Es ist gut, einen kleinen Vorrat zu haben! Ist das genug? Vielen Dank für die harte Arbeit! Das ist toll! Jetzt können wir ein Jahr Pause machen! Hat euch das Video gefallen? Dann liked es! Abonniert den Kanal! Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren! Tschüss! Aicht! Aicht! Bis zum nächsten Mal.